Die ersten Konformationsgottesdienste fanden am Sonnabend und Sonntag in den evangelisch-lutherischen Kirchengemeinden im Landkreis Oldenburg statt. Die jungen Leute hatten sich auf diesen besonderen Tag intensiv vorbereitet. In der Christuskirche in Aalhorn nahm am Sonntag Pfarrer Mario Tester hier beim Einzug in die Kirche die Segnung der ersten Gruppen in einem festlichen Gottesdienst vor. Weitere Konfirmationen in den Kirchengemeinden des Landkreises folgen an den nächsten Wochenenden bis Anfang Mai.